Wann hab ich denn doch mal gespielt? Und ich kann mich einfach noch nicht mal daran erinnern Jetzt spielst du Orianna Hier, Porus Science, so heißt die Seite War, war, äh War auf jeden Fall eine Überraschung Ein Kollege von mir kam dann auch an und meinte, ja, ich hab die Seite auch mal gemacht Ich hab in Master Yi meine meisten Pentagills 17, weil das so Master Yi In diesem Jahr hat er 17, oder im letzten Jahr hat er 17 Pentagills über Master Yi gemacht Ich muss schon viele Aussagen für den Champion, oder nicht? So broken, oder was? Ja, wenn du den gut kannst Ich hab jetzt einen YouTuber abonniert Der zwar auch nur auf PC-Ding spielt Äh, was kann ich wieder jetzt? Jetzt verdammt mich noch einmal nachgucken Er ist auf jeden Fall auch nur Master Yi-Main Ja, mein Kollege von mir auch, dass du Master Yi-Main Hattest du Roma vor gehabt, oder nicht? Mit deinem Jesus Christ Ja, das war Das war ein Vorhaben Schön, wenn man gegen einen Melee-Kämpfer jetzt gerade hier ist Aha, wobei, Nasus, äh, musst du auch aufpassen Äh, ich weiß Aber ich kann schön mich unsichtbar machen Ne, also Camouflage Mich an ihn ranpirschen Ah, das stimmt wohl Ja Dann eben einfach sein Schön den Startpfeil drauf, ihn blind machen Fertig Muss mal aufpassen Den hatten sie halt Jungler Äh, Frage, äh, Jax Der muss auch noch gerade denken Boah, was nervt der gerade Ich werde die Dämon ausstehen 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 Hups, da noch Oh, da kommt der Jax auf einmal Er hat die Ari gut gemacht Sehr schön So, ich guck jetzt mal nach so ein Bild, äh, den ich bis jetzt noch nicht gemacht habe Aber ich fange an mit Liandras Dann kommt hier Klinge des gestürzten Königs und Runas Wirbelsturm Okay Also auch ein bisschen AD mäßig, ne? Auch Ja So eine Mischung aus beiden so ein bisschen So eine Mischung ausstehen So eine Mischung ausstehen Tschüss Oh, schön, dass er Der bleibt eher stehen Ich schmeiß eine Ulti auf ihn Er rennt natürlich ganz schnell raus, weil er denkt Fuck, ich darf doch nicht hier in der Ulti stehen bleiben Und läuft direkt in die nächste Oh, ist das schön Das ist so eine Genugtuung Äh, ja Ich wollte gerade sagen, Jax war topside gerade Der war bei seinem Red Buff Ah, ist ja gut Ari fehlt Und Jax könnte jetzt langsam unten ankommen Mhm Dann bleibe ich mal in der Nähe meines Towers eben hier 싸 In der Nähe meines Towers unbeliebe es All of, schlecht Ich glaube nicht, der war Bamp bap 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 Bapp bap 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 dap Bap 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 Captbetab Bapp bap 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 bap. eigentlich schon wieder weggehen. Obwohl hier ist ein Cannon Minion. Ja, aber mehrmals gepinkt. Das ist ein normaler Wave. Da kann ich jetzt weg. Vorsicht, Jax kommt da bei dir, hinter dir. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest, dass da Jax war. Ich habe dann gesehen, aber ich habe auch gesehen, dass Wai unter mir war, deswegen bin ich mir so rumgelaufen. Ich habe auch gehofft, gerade die ganze Zeit, dass Wai reagiert. Weil ab und zu gibt es ja auch diese Leute, die haben richtige Tunnel Vision. Ich erzähle dazu ab und zu auch drunter. Aber die hat gut reagiert und Jax direkt sogar in seinem Sprung noch abgebrochen. Mittlerer Turm wird angegriffen. Ich ping mal wieder SS. Bis jetzt hat sich Jax hier noch nicht blicken lassen. Das ist schön. Der möchte ja auch nicht wirklich gänken. Das ist ein Outtakes-basierender Champion. Nein, die ist noch nicht. Oh, da kommt doch. Das ist immer dann, wenn ich pingel, Gegner fehlt. Auch Tochter, auch immer wieder aus dem Ebel. Oh, der geht Herald? Oder Krabbe? Krabbe. Schade. Und wieder weg. Ich habe 1200 Gold mehr als Nasas. Das ist schon mal gut. Wieviel gibt es einen Kill? 700 oder was das hat? Ja, 700 ist viel. Ich weiß nicht, 400 oder 300. Ich bin jetzt um den Dreh herum. Ich bin jetzt um den Dreh herum. Ich bin jetzt Cook. Ja, das ist echt gut. Der sei ein Team Zugang zu machen. Er und ich bin jetzt. und zurück ich komme auch hoch ich weiß nicht was der da gerade macht ich habe zwei kills bekommen aber aufpassen scheiße wieso bin ich da rein die du bin ich dahin weiß nicht warum bin ich dahin was habe ich mir dabei gedacht blitzcrank hat ein kill mehr als es pack unser turm unten ist zerstört mein klein hat auch nur noch 71 also aha versucht er mich hier zu tower diven schaffte die da oben ne schade jetzt noch ihn schade 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 so und schnell auch seinen tower holen und weg größe ist nicht alles da hat er recht auf die technik kommt ich werde gerade ich weiß nicht ob du auch das ist ja ich konnte nichts machen ich habe hier oriana auch nicht erhält kannst du die bälle immer werfen wieder willst du musst du erst in dem radios sein ich wusste einen gewissen radios sein ich kann jetzt nicht einfach die ganze karte schmeißen ich kann den zu mir rufen dann kriege ich ein schild und ich kann den angreifen schicken und ich kann den auf dem verbündeten schicken zum verteidigen und ich kann meine ulti auslösen dass eine schockwelle diese wieder so viel leben man immer habe ich jetzt hier den jetzt habt ihr den naja hast du recht habe ich nicht überlebt ha 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 nasus habe ich getötet aber ich bin schon so lange tot und ich sehe gerade euch so einen kippel ich denke ich habe da unten zwei pilze versteckt gehabt. Mal gucken. Und dann sehe ich nur, ah, er tickt runter, er tickt runter mit seinem Gift. Du hast Nasus getötet. Der Drag wäre nicht schlecht. Ja. Ich habe den anderen auch nicht bekommen. Ich bin down. Ich, 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 so lange bin ich irgendwie gestunnt. Ich, so lange bin ich gestunnt. Ich, so lange bin ich gestunnt. Ich, so lange bin ich gestunnt. Warum, weil ich jetzt eben geholfen habe, ne? Ein Turm. Okay. Ja, wir haben den Sex gekillt. Ja gut, ich habe es gesehen. Ja, dann ist alles gut. Dann habe ich ja nichts gesagt. So, ich näher mich jetzt in den Full-Bild noch ein halbes Item. Dann habe ich jetzt in den Full-Bild noch ein halbes Item. Ich würde jetzt hier die Mitte nachher zu pflastern, eh, mit Pilzen. Und Jax ist doch schon wieder rechts, eh. Ja. Hm. Hm. Vielen Dank. Ich habe einen Gegner getötet, ohne zu wissen, wo. Hier kann man auch mehr. Komm, ein netter Spiel. Ich glaube, die Nase ist greedy, die hätte das vielleicht sogar noch defen können, weil die alle in Lowlife waren. Mal per Wohltu unbedingt nicht haben. Zack, 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 gewonnen! Nice. Geht doch, ey. Aber meine ersten Champion-Punkte für Timo. Ach, schöner. Ey, ich bin kurz vor Gold 3. Das bin ich schon. Glaube ich. Bin mir nicht sicher, was ich bin. Jetzt nicht Atemberom, wie ich gespielt habe mit 4-4-12, aber es geht. Ich bin kurz vor 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 kurz Vielen Dank.